Mein lieber Schütze, mein Name ist Emmanuel von Sennstern und das ist die allgemeine Monatsprognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats hast du Merkur Quadrat Saturn. Du beginnst den Monat mit einer Betonung auf deine Partnerschaftsfähigkeit. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen beinhaltet Situationen, die Ernsthaftigkeit verlangen. Man sollte sich an diesen Tagen nicht von Versweiflung quellen lassen und das Positive aus ungünstigen Situationen herausfiltern. Am dritten läuft Merkur, der Planet der Kommunikation, direkt in Waage. Bis zum zehnten des Monats dürftest du mehr Klarheit in Bezug auf eine Angelegenheit erhalten, die dir schlaflose Nächte bereitet hat. Gefühlsspannungen können mit einem Geschwister Teil einer Freundin, Kollegin oder Tochter entstehen. Zwischen 12. und 13. des Monats bilden Jupiter und Pluto eine mächtige Konjunktion miteinander. Und das heißt, viele Schützen werden sich mit Geldangelegenheiten auseinandersetzen müssen. Deine Finanzen sind einem Wandlungsprozess unterworfen. Das kann sehr positiv, aber auch sehr negativ, je nach Geburtshoroskop, interpretiert werden. Am 14. läuft Mars direkt in WIDA. Bis Januar 2021 bist du mit einem persönlichen Projekt beschäftigt, der ein gewisses Risiko beinhaltet. Dein Interesse an Liebes, Affäre sowie an sportliche und künstlerische Aktivitäten bleibt bis dahin bestehen. Zwischen 17. und 20. des Monats bilden Merkur und Uranus eine Opposition. Am besten solltest du deine Meinung ohne Angst vor Ablehnung äußern, mein lieber Schützer. Bis zum Monatsende solltest du die Ruhe bewahren und keine sprunghaften Änderungen erzielen. Zwischen 14. und 19. haben wir Venus und Saturn in Spannungsaspekt. Das ist wiederum nicht so toll. Und ich würde dir empfehlen, fühle dich nicht verpflichtet gegenüber jemandem, von dem du selber in Notlagen keine Hilfe erwarten kannst. Wenn die zwischenmenschliche Kommunikation nichts bewirkt, dann sollte man sich komplett zurückziehen. Am 21. tritt Venus in Skorpion ein. Liebessehnsucht kann bis Mitte Dezember wehtun, wenn man nicht loslassen kann oder möchte. Starke Gefühle werden ausgelöst, nicht nur romantische Gefühle. Wahrscheinlich wirst du dich stark auf jemanden konzentrieren und deine Gefühle für sie vertiefen. Zwischen 22. und 28. haben wir Venus und Uranus in Opposition. Jemand könnte dir eine Sache verheimlichen, die bald ans Licht kommen wird. Im Bereich der Liebe und Beziehung sollte man für Abbrüche und plötzliche Wendungen bereit sein. Am 29. läuft Neptun direkt in Fische. Die Tendenz zurückgezogen und alleine zu leben steigt bis Juli 2021 deutlich an. In deinem Privatleben dürftest du bald einige Abstriche machen, um dir eine bessere Umgebung zu verschaffen. Und dann zum Schluss, mein lieber Schütze, hast du Merkur, Sextil, Jupiter und Saturn zwischen 29. und 30. November. Positive Ereignisse und Ergebnisse sind am Monatsende zu erwarten, insbesondere bei den Themen Geld, Rechtsangelegenheiten und Bildung. Ein Arbeitswechsel oder räumliche Umgestaltung sind bis Mitte Dezember begünstigt. Lieber Schütze, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Vorausschau für November 2020. Wenn du für die Zukunft eine persönliche Beratung brauchst, könntest du gerne jederzeit eine Beratung bei mir bestellen. Ich wünsche dir viel Glück und Gesundheit. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.